Aber, jetzt, äh, nicht lang gesnackt, schmeißen wir uns mal in eine neue Welt, äh, Fischmarkt, Meer, äh, Friendly Fire, was, Freunde erlauben beizutreten, nö, ich möchte alleine spielen, ich möchte erstmal alleine, ich habe ja keine Ahnung, was mich hier erwartet, ne, von daher, echt, man kann seinen Namen umändern, wann kann man seinen Namen umändern? Ach du Scheiße, ach du Scheiße, oh mein Gott, äh, geil, mein, ja, super, weißt du, ich, ich, wie lange bin ich jetzt hier unterwegs, ne halbe, ne Minute, das erste, was mir begegnet, ist ein fucking High, Ah, okay, ich bin nur absolut schlecht im Zeug holen, oh, Kunststoff, and the ocean is full of plastic, oh, warte mal, dann können wir gleich doch mal das Meer ein bisschen, fuck, ein bisschen sauberer machen, Super, was, was ist, wenn sich Kai-Uwe jetzt hier denkt, äh, mich essen zu wollen, sondern plötzlicher Hunger, das wäre ja mal ganz toll, so, was können wir, wir können auf jeden Fall durch unseren Kram scrollen, was du, okay, mit E nehmen wir Zeug auf, Meine Güte, du wirfst wie ein Mädchen, Ja, du wirfst wie ein Mädchen, ein Mädchen mit einem gebrochenen Arm, Gott, so viel Zeug, Ah, das ist ein magischer Haken, da bleibt alles automatisch dran hängen, Ja, okay, ich sammle jetzt einfach mal freuchtfröhlich vor mich hin, Kann ich, gibt es irgendwie sowas wie ein Inventar, I? Ah, okay, I, Okay, wir sammeln jetzt mal ein bisschen, erst mal, Meine Güte, Was ist hier passiert, ist ein Kunststofflaster umgekippt, oder was? Ist es, um sich ein Speer zu holen, kann ich dem Hai schaden, Moment, ich soll dem Hai schaden, das ist ein Hai, Falls es nicht aufgefallen ist, Also eigentlich möchte ich so weit wie möglich von diesen Zehen fernbleiben, Aber ich glaube nicht, dass das wirklich meine Auswahl ist, Okay, Oh, warte, Fuck, ist immer wieder ganz toll, Ach, ich werf, wie so ein Eh, Meine, Jesus, Scheiß Hai, ey, Damn, Nature, you're scared, So, auf jeden Fall haben wir bald genug Plastik, Für, was weiß ich auch immer, Alles mögliche, Palmblätter, keine Ahnung, wo die immer herkommen, ey, Ich meine, das Plastik ist klar, Der, der Ozean ist mittlerweile voll von dem Scheiß, Wenn wir eins von Bill Wurz gelernt haben, Dann das, Die Frage ist sowieso, Wie sind wir hier hingekommen? Das lass ich nicht auf mir sitzen, Oh, Fuck Ja, ist, ist gut, Hai, ich hab's begriffen, Du hast mich nicht gern hier, Ich, ich geh ja schon, okay, Ich hab's schon begriffen, Oh, Fuck Oh, Fuck Alter, der hat mich gebissen Der Sack hat mich gebissen Ich dachte, Hai, die tun so einen Scheiß, Nur wenn sie Hunger, Okay, der hat wahrscheinlich Hunger, In Anbetracht der, Der ist das ganze Plastik, Du, Fick, Fick, ne, Dich krieg ich noch Das, das lass ich nicht auf mir sitzen Da, da knapst der einfach ein Stück aus meinem Hackbällchen, Ich glaub's ja wohl nicht So, was haben wir denn hier? Eine Stone-Ex Ja, Mensch Gut, dass ich so viele Steine hab Ein einfaches Bett Ich hab ja nicht mal Platz für eine Matratze Äh, okay Uh, Angelrute Seil Ne, Seil hab ich nicht Äh, uh, Seil, hier Ah, dafür brauchen wir Blätter Okay, Nägel können wir auch Schrott machen Und Sand leben Ein bisschen Seil Wenn ich Eldorado zitieren darf Man kann nie genug Seil haben Hai-Trophäe? Ich häng mir einfach kalt Oh Gott, das will Hannibal, vielen Dank für den Sub Oh mein Gott Bist sogar neuer Sub Von daher, vielen Dank dafür, mein Gutes Ähm Das bringt uns unserem Ziel nur ein Stück näher Um genau zu sein Das wird nur... Hier Da wollen sie Seil und Planke Hahaha Okay, Uwe, du Ficker Jetzt legst du dich bestimmt Ne? Stech dich ab Was ist mit dir kaputt? Lässt du das jetzt mal? Du Kack-Sprache Was ist mit dem kaputt? Kann ich einfach... Alter Was fällt ihm eigentlich ein? Fängt der an, an meinem Boot zu knabbern? Verdammter Psycho Kunststoff, Planke, Schrott Was sind das für Fässer, wo nur Müll drin ist? Ich glaube, ich habe das Gefühl, hier ist irgendwo ein Müllfracht da eskaliert oder sowas Mehr Plastik... Mehr Plastik... Das ist ne Insel Aber ich habe das Gefühl, mein Boot würde einfach weiter sickern Beziehungsweise mein Boot würde einfach sich sagen Nennen wir's Boot Diese vier Holzstücke Hahaha Oh Stein Da war Stein in der Tonne Ja, sorry Insel Äh, wir sehen uns hoffentlich ein andermal wieder Sobald ich mir einen Motor baue Aus Stein Wie Robinson Crusoe Ich meine, habt ihr nicht Castaway gesehen? Das sehe ich nicht ein Das sehe ich nicht ein Nö Rote B, denn eine Kartoffel? Äh, wart auf mich Hier ist ein aggressiver Hai Aua Hab ich doch gesagt, ein aggressiver... Ich sag's dir, Kai-Uwe Das kriegst du zurück Das war dafür, dass ich dir so ins Gesicht gestochen hab, ne? Das war dafür, ne? Das sagst du dir... Ja, ich merk schon, du Sackgesicht Ich sag's dir, Kai-Uwe You gonna get it Dein Arsch Hänge ich mir echt noch... Dein Arsch Dein Arsch Du hast nicht mal einen Arsch Du bist ein Hai Aber mach dir nix Okay, ich könnte essen Aber ich hab eher Durst Gut, wie lösen wir das Problemchen? Äh, wir müssen also was... Wir müssen trinken Wir müssen trinken Benötig Gegenstände? Nö Äh Hier, Nahrung und Wasser Kunststeuer Kunststoff haben wir Äh, einfacher Grill Einfacher Reiniger Eine Tasse Salzwasser Süßwasser aufbauen Ah Okay Achso, und jetzt könnte ich das quasi... Ich kann... Achso, das ist mein Inventar Okay, gut, dann packen wir den ganzen Kram mal dahin Brauchen wir ja so erstmal nicht Kleine Ablagefläche Kann ich auch irgendwie mein Kram hier... Kannst du essen, wenn du ihn tust? Oh, ich kann Kai-Uwe essen Das hat er verdient Der Arsch Kai-Uwe ist ein Arschloch Denkt immer, er wäre besonders Oder ist er das nicht? Ist das meine Art zu bauen? Ich zeig einfach dahin Ich zeig da einfach hin Und es passiert Pfff And a big of thumbs up Okay, und jetzt kann ich... Aha Ah, und ich muss natürlich... Aha Okay, ich verstehe Okay Okay, ich begreife Ich begreife Das Leben auf hoher See Macht einen nur geringfügig bekloppt Und mein, früher oder später Wird Skorboot mich holen Aber meine Güte, ne? Entweder Skorboot oder irgendwas anderes Die Medien wollen mir irgendwann irgendwas anderes einreden Entweder bringt mich Skorboot um Oder... Krebs Aliens Pantoffeln Leute, die Socken über Sandalen tragen Irgend so was Denkt gar nicht erst dran, Kai-Uwe Denkt gar nicht erst dran Okay Ich glaube, mein Haken ist bald kaputt Schon Mein... Oh, jetzt kommt mir aber gerade alles entgegen Jetzt ist das Meer ein bisschen entgegenkommen zu mir Das finde ich schön Kann ich den Kram irgendwie reparieren? Sprich, mein Häkchen? Mein Haken sieht ehrlich gesagt nicht aus Als ob er von so einem... Kai-Uwe Verpiss dich Ich sag's dir Ich stech dich ab Ich hab kein Problem damit Wir sind hier auf hoher See Es gibt hier keine Regeln Ah Oh, warte mal Dann können wir gleich das nächste Oh, warte, warte, warte Oh, das Kiste Komm her Ah, fuck Ganz großes Kino Äh Du solltest das jetzt nicht trinken Achso Ah Und das kann ich jetzt Aha Das löst doch mal unser Wasserproblem Kai-Uwe Wie auch Hat der Hat der Der hat doch Alter, Kai-Uwe hat doch den Arsch offen Hat einfach meine Ich muss hier leben, du Sackgesicht Wir sind nicht alle solche Privilegien Arschlöcher, wo hier Du fucking mehr zum Leben haben Sackgesicht Privilegtes Arschloch Weißt du Scheiße, wie kann ich das denn jetzt machen? Ich kann mir einen Kalender Wozu soll ich einen Kalender bauen? NANI Kai-Uwe Woher Hey 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 So in etwa Ja Oh, warte mal Jetzt wird es auch noch Nacht Kai-Uwe fühlt sich genau Besonders dann So glücklich Okay, warte mal Stone eggs You're chopping down trees Removing Ne, removing will ich nicht Nütze der Erweiterung deines Floßes Ah, schau mal Ah Aha Kai-Uwe Damage Oh, es gibt sogar noch mehr Oh, wie nice Foundation Foundation Ja, Kai-Uwe Was sagst du dazu Du Sackfalte Du Arschgeige Du Kackbraten Ja, du hast richtig gehört Du Scheißhai Ey Blödes Mistvieh Okay Das muss ich mal ganz kurz sagen Ne Dafür, dass das Spiel noch Early Access ist Ne Das ist eine richtig schöne Skybox Zusammen mit dem Wasser Das ist Das sieht richtig nice aus Mal ganz großes Lob aussprechen hier Das sieht echt geil aus Okay, jetzt brauchen wir echt mal wieder ein bisschen Ressourcen hier Und vor allem muss ich mal langsam gucken Äh Achso, warte mal Habe ich nicht Achso, scheiße Ich habe vergessen Äh Ich kann Nicht Feuer machen Ich habe vergessen, wie man Feuer macht X entfernen? Ne, das entfernt das ganze Ding Heißt Kai-Uwe Das tut mir leid Aber bist du ein Hai? Ich glaube nicht, dass du ein Hai bist Es sei denn, du bist einer dieser geheimen Hai-Menschen Die man Slater wollen One of those shark people Ähm Okay, irgendwas ist hier gerade Oh, achso Ich wollte gerade sagen Wieso, ne Okay, erstmal Pfff Mein Skill Hai Uwe Ich nenne dich jetzt Hai Uwe, ne Nur damit ich wirklich niemanden irgendwie jetzt Damit sich keiner beleidigt fühlt Nennen wir dich jetzt Hai Uwe Fühlst du dich jetzt besonders, du Fisch-Fick Halt bloß die Fresse da unterm Wasser Ich sag's dir Ich komm runter und schlachte dich, ey Ich ess dich Okay, äh Und schlürf So, gleich mal wieder Neu machen So, dann wollen wir doch mal gucken Wir müssen jetzt nämlich langsam auch mal was fressen Äh Einfacher Grill Brauchen wir dafür Schrott, Zeug Geil Nehme ich Zwei bitte Aber erstmal Hadoken Uh, Kunststoff Oh, Hadoken Äh Vergiss nicht, dass du auch essen musst Ja, natürlich Äh, of course Yes, of course Ist in der Arbeit Äh Pack mal Direkt daneben Äh Planke platzieren Machen wir mal so Irgendeine kleine Kartoffel grillen Ah Grillkartoffel Äh Flüssigkeit einfüllen Which you didn't Ich mein Trinken ist jetzt gerade unser Geringstes Problem Wir nehmen einfach das Wo Kai-Uwe drin Äh Hai-Uwe drin schwimmt Nochmal ein Zeichen Dafür, dass er ein Fuck ist Oh Come on Fuck Yes Du Du Hai Fuck Stech dich ab Ich saß dir Alter, dieser Hai Ey Weißt du Hat man dir mal gesagt Dass Haie das eigentlich nicht machen Haie greifen eigentlich Kein Kein Boot an Ihr seid eigentlich nur Hirnlose Fressmaschinen Wehe Jetzt sagt hier irgendwer Im Chat Er identifiziert sich als Hai Ey Dann krieg ich glaube ich Einen Anfall Dann haben wir auch Dann krieg Oh fuck Alter Du Fisch Fuck Ich kann die Teile Reparieren Mit dem Hammer Uh Ähm Ne Warte mal Ich kann ihn nur nicht sehen Der Hai Ja Ganz schön verbissen Ja Der Hai Ist ein Fuck Das sei dir Fünf Prozent Gesundheit Na Wagt es Ja nicht Äh Ach hier Reparieren Ah Okay Oh jetzt gibt es mal Oh es gibt was zu futtern Sieht aus wie ein Brötchen Na das hat es ja gebracht Was ist hier mit Okay Trinken Wir machen uns einfach mal jetzt gerade noch voll mit Zeug Ne Es ist ja nicht so als ob wir unser Boot damit anzünden würden oder so Müssen wir die Foundation ein bisschen ausbauen hier Dass ich dieser Hai Fuck nicht immer Wagt es ja nicht Okay irgendwo hier ist ein Baum explodiert Woran ich das weiß Es liegt an den ganzen Blättern Ich hab mir ein Hai gehangelt So Nö Guck mal noch Also wenn ich hier fertig bin Ne Kinder Da krieg ich ein Umwelt Award Dafür dass ich hier Das gesamte Meer Leer gemacht hab Von Müll Hm Nom nom Meine Güte ist mein Typ verfressen Und Zuckuck Ach geil Rohe Kartoffeln Ich muss also Immer hoffen Dass ich irgendwie Ne rohe Kartoffel finde Hm Hat er jetzt das Ach das ist Süßwasser Okay Schlürf Und Schlürf Okay Alles soweit cool Ganz schön Hekt Bauplan Antenne Was Was soll ich mit einer Antenne Ich glaub kaum Dass ich hier WLAN hab Hai Uwe Hast du WLAN Ich glaub nicht Dass Hai Uwe WLAN hat Leute Selbst wenn Ich glaub Sein Empfang Hier ist Unterhirdisch Ist das der Hai Uwe Wag es nicht Ich reiß dir den Kopf ab Um genau zu sein Ich sperre Ich spieß dich auf Und Werd versuchen Dich zu essen So Das Wasserproblem Dürfte jetzt erstmal Gelöst sein Die Rübe Nehmen wir auch mal Vom Grill Und packen Eine Kartoffel Darauf Hunger hat der Typ Hunger hat man hier Na dann Ess mal noch Die bringt so gar nichts Die Rübe Hai Uwe Hai Uwe Ich wollt grad sagen Verpiss dich Sieh zu Dass du deinen Fischarsch Von mir wegbewegst Achso Wo kommt so viel Plastik her Man könnte echt meinen Hier ist irgendwie so ein So ein Frachter Für Plastik Irgendwie explodiert Guck mal hier Der Triple Mh Der Triple Hast du das gesehen Hai Uwe Du Shitfuck Da bist du Stech dich ab Ich sag's dir Ich bring dich um Da hab ich keines Ich warne dich Eh Blöder Fischfuck Hätt sich für was besonderes Weißt du Weil er im See In dem fucking Meer lebt Sackesüchte Entitled Asshole So diese Fische Und diese Haie Weißt du Wenn wir von Arlong Eins gelernt haben Fischmenschen Sind Dickheads Sag ich euch Wir kriegen gut Kisten Also wir leben Hai Uwe Wie oft Muss ich dir Was sagen Lass das Bring die Sau um Ich sag's euch So Sonst Ah Okay Ach gut Okay Uns wird Wird erlaubt Weiterzuleben Okay Wir haben grad mal Ein bisschen Ruhe Hai Uwe Ist jetzt erstmal Beiseite Kleine Anlegefläche Hai Uwe Für dich zum Anbeißen Er ist ein dummes Arschloch Hai Uwe Ist ein Dickhead Ich sag's euch Kleine Anbaufläche Was bist du denn So ein kleiner Ah Sowas Keine Ahnung Wie das so Funktionieren soll Ich mein Braucht ich dafür nicht Irgendwas Was man Genau Anlegen kann Oder warte mal Eine rohe Kartoffel Äh Ich bin ja kein Wisst ihr Ich hab nicht unbedingt Den grünsten Aller Daumen Aber ich bin mir Ziemlich sicher Dass so Kein Garten Funktioniert Das ist ja einfach Eine ganze Kartoffel In den Boden Stopfe Und hoffe Dass dabei Was rumkommt Ich mein's ja nur Ne Was gut ist Wasser Ist jetzt nicht Unser Problem Wir haben ein ganzes Meer Wo wir nehmen können Und Hai Uwe Denkt sich immer so My pissiness Ich denke mir Dann immer nur Hai Uwe Irgendwann Du In mir Und das nicht In der Nicen Sache Nicht so wie du Dir es jetzt schon Wieder denkst Hai Uwe Ich bin nicht Bekloppt Mein Ich werd nicht Wahnsinnig Nein Kommt ihr drauf Hört auf mir das Nachzusagen Mehr Hai Uwe Protection Sehr schön Es ist zwar Irgendwo echt sinnlos So aber Ich mein Ne Ich mein Kiste 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 Da Loot Ihr müsst euch immer denken Alles was wir hier Aus dem Wasser holen Gehört nicht Hai Uwe Weil alles was wir hier nämlich verpassen Nimmt sich dieser Fick Ich red mit dir du Arsch So was haben wir denn noch Ein Bett Forschungstisch Kleines Lager Kunststoff und Seil Warte mal Seil hab ich doch Seil hab ich doch schon mal gelernt hier Wollen wir ein bisschen was von machen So viel Blatt wie wir haben Wollen wir mal ein bisschen Seil haben hier Kleines Lager Ach Kunststoff fehlt mir Äh Das damit kann ich dienen Komm her Ja ja Hai Uwe Hast du gedacht ne Hast gedacht Jetzt kriege ich ihn Und dann hab ich gesagt Fuck you Das ist grad wichtiger Dass wir erstmal wieder was haben Womit wir Herzen können Schlecht und so Forschungstisch brauchst du Oh Okay Gut Aber Not now Noch nicht jetzt Later He Erstmal müssen wir wieder ein bisschen Zeug an Land holen Hier Und vor allem Ne Das ist viel wichtiger Kinders Wir müssen gucken Weil das dauert ja hier Uwe Uwe Seht ihr Der ist schon so richtig darauf fixiert Der wartet eigentlich nur darauf Dass da alles Sein lässt Und dann denkt er sich Haha Und dann gehört alles mir Denn ich bin Hai Uwe Und mir gehört der ganze Scheiß hier Äh Ich bin so ein Scheiß Hai Arsch Blöder Hai Sack Ein Bett wäre auch nett Ich weiß nicht Gibt es sowas wie Stirpern Äh Ich bin zu müdenes Ja ne Angel wäre echt geil Ist denn ne Angel wäre echt Knörke Moment Äh Angelrute Oh haben wir sogar alles für Nice Ich packe mal den Bauplan beiseite erstmal So wie geht Angel in diesem Spiel Äh pff Okay nice Ne Wir warten jetzt einfach mal drauf Ah Okay Ne Rohmachneile Oh shit Ne Machneile Du kommst direkt auf den Glil Das zeige ich dir So Trinken sind wir noch soweit Gut Boah jetzt Ah Haha Ja jetzt nehmen wir Hai Uwe auch noch Zeit Sack Was ist das Ich hab das gesehen Der wollte schon wieder Der hat schon sich gedacht So alter Aber nicht mit mir Nicht mit mir Mhm Mhm Kann sogar in aller Ruhe Weiter Zeug sammeln Bei den Angel Echt jetzt Okay Cool Knörke Offenbar beherrsch ich das ultimative Multitasking Ich kann Seelenruhig angeln Und Zeug mit meiner Hand aufnehmen Das sind Fähigkeiten Die nicht jeder beherrscht Und nebenbei Hai Uwe mit Karate abwehren Und mit Karate meine ich Ich steche ihn so lang mit meinem Speer ab Bis er irgendwann sagt Ich hab die Schnauze voll Das ist so meine Kampftaktik gegen Haie Karate Mit einem Speer Don't judge me Oh Zmonk Ah Nices Zeug Ich wollte eigentlich die Okay ich schätze mal Der Fisch ist noch nicht durch Sonst hätte ich ihn mitnehmen können Warte mal Was können wir denn noch so bauen Dach Säulen Holzwand Don't you dare Holzboden Fundament Rüstung Metallbahn Metallbahn Okay cool Krasses Zeug Oh ich hab mega Hunger Ich hoffe die Die Makrele ist jetzt Oh meine Makrele Oh die Makrele Oh Makrele tut gut Makrele ist gut Fuck Okay Dann müssen wir doch mal schauen Dass wir nochmal ein bisschen mehr kriegen Als nur So eine olle Makrele Braucht es wahrscheinlich ein bisschen länger Zum Denk gar nicht erst dran Yes Eine Herding Das ist nur ein kleiner Fisch Aber gut Das macht es bestimmt aus Satt Jede Menge Planke Jeder Jeder Pirat Wäre jetzt stolz auf mich So langsam Aber sicher Müssen wir mal wieder was trinken So Na das funktioniert doch So langsam Komm wir klar Man fühlt sich zwar nur Wirklich einsam Aber Ne Es ist halt Wir haben Hi Uwe Man ist also nie Ganz allein Man hat immer Einen hungrigen Hai in der Nähe Der ein Arschloch ist Ja richtig Ich rede über dich Du Sackgesicht Braucht frisches Wasser Oh Noch ein Herding Bringt jetzt nicht so viel Äh Okay Braucht Also frisches Wasser Macht ja nix Vielleicht sollten wir da nochmal Eine zweite Station bauen So dass wir da mal ein bisschen Zeug haben können Immer so auf So auf Reserve Ich hoffe Die gehen jetzt nicht rein Oder so Der Herr hat auch Hunger Er hat einen ganzen Ozean voller Fisch Weißt du Dann geht er ausgerechnet Mir auf den Sack Weißt du Das ist ein ganzes Ozean Nur für dich selbst So wie es scheint Voller Fisch Und dieser Fuck Denkt sich einfach Hm Ja ich glaube Ich nerv mal Diese eine Person Weißt du Die gerade Mal so Auf dem fucking Holzbrett Überlebt Mit DIY Bullshit Ich glaube Ich gehe dem Mal am besten Auf den Sack Wie wäre es damit Wie scheißegal Das ist ja vegan Er soll die Pflanzen hier fressen Die Musik ist auch Nice Ja Muss ich sagen Und wie gesagt Ich finde halt Die Skybox Die sieht super geil aus Eigentlich mit Kannibale zu tun Bring dich um Oder auch nicht Dann hau ich dich halt Sackgesicht Alter das war's Jetzt ist Krieg Jetzt ist Krieg Achso ich kann nur 20 Auf einmal Okay Empfänger und Antenne Cool Die Skybox sieht echt Nice aus Ohne scheiß Das habe ich gehört Dass du das Versucht hast Du Sackgesicht Ey 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 Das soll mich auch noch Um Möwen kümmern Immer Ich glaube es geht los Hier Ein Hering Ich angle zwar gerade In meinem Boden Aber Ne Wow Buntbarsch Oh ein dicker Fisch Achso Fuck Ich würde eigentlich Nur das Zeug Aufsammeln Mein Blätter Haben wir aktuell genug Ist entfernt Ne Kann ich wahrscheinlich Noch nicht Okay Achso Äh So Nein Nein Jetzt habe ich es weggekippt Das wollte ich doch gar nicht Mann Äh Warum Möwen kümmern Ich meine Ich glaube es geht los Hier ey Seid ihr jetzt fertig Ihr seid immer noch nicht fertig Ich kann die Möwen Mit dem Speer töten Diese Möwen Die kriegen es Sag ich euch Die kriegen es Die kriegen euer Fett weg So Immerhin können wir Schön in Ruhe Angeln hier Das Problem ist Ich kann ja nicht mal Schlafen gehen Ich könnte mir ein Bett Bauen Ich weiß Aber Wie soll man hier ruhig Schlafen Wenn Hi Uwe Sich denkt So alter Wie wäre es Wenn ich dir so richtig Auf den Sack Gehe Gebratener Bumparsch So ein Arsch Okay Willkommen langsam Auf einen Nenner Zwar nicht mit Hi Uwe Aber Willkommen auf einen Nenner Was kann man mit dem Segel machen Höchstwahrscheinlich segeln Höchstwahrscheinlich so ein bisschen Lenken wo es hingeht Kaderwinder für deine 10 Euro Spende Sind die jetzt auch mal gut Hey ho Schönen Abend Haben die den Text to Text to speech Bot verändert Das klang irgendwie anders Das klang irgendwie anders Als ich es gewohnt bin Yes Ich werde mal ein paar mehr Rüben ernten hier Hehehe Auch frisches Wasser Okay Ich bin ja nicht Ne Wow Jetzt wird es Oh shit Oh fuck Jetzt wird es auch noch wellig Ist ja mal ganz toll Das haben wir ja gerade noch gefehlt jetzt Wellengang Plastikwagen Paddel Heiköder Oh fuck Ach du Scheiße Okay Okay Wir werden sterben Ja Wir werden sterben Besser noch einen Schluck trinken Bevor wir drauf gehen Erpisst dich du Meine gute Natur ist echt ein Oh man Okay This is where we die Ich hoffe ihr habt den Frieden mit eurer Welt gemacht Hier ist der Punkt wo wir sterben Besser gar nicht hingucken Wir gucken einfach nur unser Inventar Wie wäre es damit Ah Schon wieder Warum willst du nicht sterben Warum willst du nicht sterben Warum will dieses Schwein nicht sterben Liedwand mit Fenster What the fuck Muss doch alles irgendwie auch einfacher gehen Fundament Rüstung Ich habe keine Metallbahnen Also Ja Du musst am besten einmal die Störung Was In der Strömung bleiben Und dich nicht mit dem Paddel oder dem Segel bewegen Die Strömung Material Das ist nicht sehr gut Ah Okay Wenn du das sagst Dann du das sagst Angel Oh die Sonne geht auf Und wir leben noch Das war jetzt ein bisschen Wellig hier Das Spiel hat Late Game Kann man dieses Spiel überhaupt gewinnen bislang Nee ne Wow Da wird sogar ich Seekraft Also Wurfanker Okay wir könnten Ne Ablage Kalender Ich bring dich um Ich schwöre es dir Scheiß Drecksmöwe Ey Kannst du nicht mal zwei Sekunden weggucken Kleines Lager Komm wir brauchen mal eine Truhe Wow Da hin So Packen wir mal die Uh Tonne voraus Tonne voraus Kenners Nochmal Bauplan Für Antenne Ist das derselbe Bauplan Ich gewinne sobald die Welt sauber ist Wahrscheinlich Ist das der geheime Plot Dieses Spiels In Wirklichkeit bin ich Captain Planet Ist es das Mein Job ist es eigentlich Nochmal ein Bauplan Für den Empfänger Hups Hups Cool Hab ich schon Brauche ich nicht zweimal Will das Spiel mich eigentlich verarschen Wie oft brauche ich denn denselben fucking Plan Das ist das Gefühl Das Ganze ist ein bisschen verbuggt hier Ich will ja im Early Access Game nicht unterwerfen Dass es nicht verbuggt sei Aber Mich dolch das ist verbuggt Mich dolch das baggert Äh Mein Haken Hier Gucken wir doch mal Wir brauchen uns mal ein Bett Wir brauchen also wieder mehr Planke Okay Okay Geht klar Chef Kriegen wir hin Chef Schau mal Was Fangnetze Okay Aber Wo finde ich die Muss ich die bauen Weil wenn ja Dann habe ich sie In den Dings noch nicht gefunden Oder brauche ich dafür Dieses Damn Crafting Da habe ich doch geguckt Da ist doch nichts Boah Hai Uwe Lass das Sackgesicht Von einem Hai Okay Einfaches Weltforschungszentrum Nein das können wir jetzt ja auch mal bauen Wurde mir ja auch gesagt Wir brauchen das unbedingt Ich schwöre dir Hai Uwe Guck dich an Guck dich an Du hässlicher Hai Fuck Ne Oh Mann oh Mann Okay Das verläuft ja alles soweit Gut Fangnetze Wir haben hier Grill Leere Tasse Einfaches Bett Kann ich hier noch irgendwie scrollen oder so Nö Ausstattung Ist gar nichts Nasser Ziegel Nägel Wurfanker Ablage Shit Da ist nichts Da ist nichts Da ist nichts im Crafting Muss ich vielleicht echt Warte mal hier Ah Der Tempel Du Don't you fucking Was hast du überhaupt für ein Anfall Öffnen Äh Moment Muss ich dafür jetzt mal diese Antenne Hier Empfänger Muss ich die dafür da reinpacken Erforschen Teilsperrpinsel Schrotthaken Ach du Scheiße Gehe ich auf Forschen Hier warte mal Sammelnetz Hier Weiß ich jetzt wie ich das bauen kann oder Muss ich das da jetzt irgendwie reinpacken Warte mal Fangnetze Planke Ah Okay Ich verstehe Warte mal Dann möchte ich doch erstmal wirklich diese Sammelnetze Hier Seil Seil habe ich ja auch Was man jedes Mal wieder neu suchen muss Und Nägeln Das ist doch easy Lernen Aha So funktioniert das Aha Okay Ich begreife So und jetzt habe ich so Jetzt kann ich Sammelbehälter Also Sammelnetze machen Wo hat er mir die denn jetzt reingeschnörgelt Sammelnetz Hier Planke Seil Nägeln Mal wieder ein bisschen Sammeln Nehmer Fuck Oh fuck Geh bitte wieder Alter Weißt du du bist zwei Sekunden im Wasser Kommst nicht wieder hoch Und jetzt sehe ich Hi Uwe schon wieder Nein Guten Tag Diese Anfallmöwe auch immer Nehlt sich auch für die Schlauste Oh come on Wirklich Vor allem wie viel hält dieser dreckige Hai aus Das ist sowieso Neh An dieser Hai So ein bisschen Overpowered Dafür dass ich ständig in ihn einsteche So Diesmal gibt es Kartöffeln Und bete Okay Und einmal futtern Na das läuft doch Das läuft doch So Mal wieder nebenbei ein bisschen was trinken Fuck Dann kannst du ebenfalls erforschen Aha Okay Shit Nö 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 Da gehe ich nicht rein Kai Uwe Äh Hai Uwe ist da Ich sage immer Kai Das ist ein Das ist ein fucking Hai Neh Ich muss mal gucken Also wenn ich jetzt das Ganze so weitermache Brauche ich sowieso erstmal mehr We need mehr Holz Um einiges mehr Planke Oder um es wie in Eldorado auszudrücken Es fehlt an Seil Nicht genug Seil So aber nur damit das hier Das stört mich sonst Das stört mich dass das sonst So falsch ist Gut Aber wir machen jetzt erstmal Weil es kommt ja immer alles von hier immer noch Das Licht ja offenbar Offenbar gibt es echt sowas wie Strömung hier Oh lauter Angel Du das wagst du nicht Du Drängige Möwe Alter du Vieh du Achso die muss ich wieder Warum sind denn die jetzt noch alle Es ist mein Seil auch da noch drin Ne Das Spiel ist hektischer als es eigentlich tut irgendwie Weil okay du bist auf dem Meer Also ich ne meine nur Du Ach da kommt aber gut Da kommt gut Zeug wieder in der Strömung Das ist doch schön Da kommt mal wieder was Seht ihr das Da kommt gut Zeug Da kommt das gute Zeug Genau Und Hä Na das Einmal hier rüber Oh man kann auch sprinten Ich kann auf meinem Kleinen Auf meinem Coupe de Gras Tatsächlich Sprinten Sollte das mal nötig sein Ich find's geil Dass das Dass mein Typ es nicht geschissen kriegt Das Wasser von Einem Behälter In den nächsten zu füllen Wenn da Wenn da was anderes Nebendran ist Ne 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 Merk mich doch Ne Schon wieder Bäh Okay Wow Das ist ne große Insel Das ist ne wirklich große Insel That's a big island Schade dass wir sie nicht Ja hey Uwe Ich weiß du hast sie gesehen Du weißt was da Dass da schöne Sachen drauf sind Ja Wir können nicht alle solche Wir können nicht alle Kiemen haben Sackgesicht Weißt du Er fühlt sich nur so toll Weil er Kiemen hat Weißt du Das ist schrecklich Weißt du Nur weil du auf einmal Weil du Kiemen Weil du mit Kiemen geboren wurdest Ne Auch echt mal ein Haken Der weniger Ne So Jetzt gucken wir gleich mal Netze Ich hab immer noch das Bett hier Was ich mal irgendwo platzieren müsste Wie groß ist denn das Ich möchte nicht da schlafen Wo Wo Hi Uwe rum Pimmelt Deswegen Dahin Ich kann trotzdem noch Okay genau So So ist das schön So ist das gemütlich Es soll ja auch ein bisschen gemütlich sein Soll ja auch ein bisschen nach was aussehen Man will ja auch drin leben Es sind ja keine Barbaren hier So Äh Wo waren wir? Genau Netze Wir haben ein Netz Sehr schön Wir haben so viele Blätter Ne Okay Jetzt haben wir mal wieder ein bisschen Seil Jetzt haben wir da mal ein bisschen Ruhe Jetzt haben wir keine Nägeln Wo waren Nägeln? Hier waren Nägeln Da haben wir ein paar davon Und jetzt haben wir keine Planken mehr Und die kann ich jetzt Ah Und da bleibt das jetzt dran hängen Ah Convenient How convenient Das heißt ich muss jetzt nicht mehr so Ich kann Ich muss schon noch drauf gucken Okay Hi Uwe Ich sag's dir Wehe du fängst jetzt an Mein Ne Pff Okay Oh Ich hab mega Hunger Ja macht Sinn Hätte ich auch Ist eine Arbeit Essen ist auf dem Weg Stay hydrated Bot ist hier Sehr passend Eigentlich Ja doch Okay Wir müssen erstmal zusehen Dass wir wieder Ja das meiste Bleibt ja sowieso da Komm Stell dich nicht so an Ja ja Ich weiß Du hast Hunger Guck Guck und warte Es ist Ist halt gleich fertig Wir haben genug Rode Beete Es sei denn Hi Uwe will sich wieder Wie ein Arsch doch Verhalten Willst du das Hi Uwe Oh Tschüss du Fick Hier ist mir mal so Da liegt er nun Ach das ist hier jetzt Ah Okay Das ist praktisch Ist sehr praktisch Erstmal müssen wir jetzt gucken Dass wir hier nicht Nicht komplett verhungern Oh Ich hab ein bisschen Ich hab ein Stück Aus ihm rausgeschlagen Okay Das grillen wir Das wird unser Siegesmal Jetzt fällt mir mal ein Jetzt wo wir Hi Uwe umgebracht haben Jetzt bin ich ja ganz allein hier Jetzt hab ich ja nicht mal mehr Hi Uwe Alter Ich mein gut Ich kann jetzt Was also Soviel ich will Aber Fische sind ein Besseresquell als Gemüse Der Respawn Der Arsch Respawned Das ist ein Hai Aber offenbar Ein Arschloch Hi So Achja Ich wollte ja eigentlich Hai Uwe grillen Da war ja was Haha Famsab Mensch Ist irgendwie echt Hm Noch einsamer Auf einmal hier Schlürf Sicher dass du das willst Möwe Ich schwöre ich bring dich um Dich esse ich auch noch Du bist mein nächstes Ziel Lass es dir gesagt sein Möwe Ich nehm kein Scheiß mehr von Mutter Natur an Ich nehm ihn nur noch Achja stimmt ich wollte Hai Uwe grillen Genau Das ist Einiges Da krieg ich mal eine Chief mit dafür Dass der Der Ozean soll Dass unser Schiff schöner wird Ich hab immer das Gefühl Wenn was in den Netzen landet Hab ich immer das Gefühl Dass Das Hai Uwe wieder da ist Weißt du was Hai Uwe ist nicht mehr da Ich hol mir das jetzt so Ich nehm alles zurück Okay Der Ficker ist wieder da Oh fuck Oh fuck Der fuck ist wieder da Also falls ihr Hai Uwe vermisst habt Ne Was ihr hoffentlich nicht habt Weil Hai Uwe ist ein Arschloch Er ist wieder da He's back Achja Schlürf So Ich sorge erstmal dafür Dass ich keinen Durst mehr hab Das funktioniert echt nice So Seil Wir haben schon kein Seil mehr Meine Güte braucht das viel Seil So Und Nägeln Können wir nur einen Nägeln machen Wir bauen uns schon so eine leichte Basis hier Das wird schon So Hai Uwe grillt Das ist nice Das hat der Arsch auch verdient Die Netze sind echt toll Die sind echt nice Nimmt einem echt einiges an Zeug An Arbeit weg So Damit können wir gleich den Kram machen Und dann können wir auch mal bald wieder forschen Oh ich glaube uns rennt gleich eine Tonne ins Netz Das ist schön Yes Gebratene Hai Uwe Hey Check this out Ich esse deinen Vorfahren Und bin damit fast satt Meine Güte Ich hab deinen Vorfahren Gefressen Wer ist jetzt an der Spitze der Nahrungskette Du Hai Fuck So was können wir denn noch alle Ist das Pfeil und Bogen Einfacher Bogen Dafür brauche ich aber Noch Bolzen oder Ach du Kagi Große Anbaufläche Uh Das ist nicht Bäume zu Was soll ich mit Bäumen Fortschrittlicher Grill Metallbahn Metallbahn Hab ich nicht Eine Schmelze Hab ich ja auch nicht Eine Hängematte In der Nacht durchschlafen Und kann verwendet werden Um bewegungsunfähige Freunde Wieder zu beleben Eine Vogelscheuche Das wird noch Nützlich sein Oh ne Laterne Oh warte mal Hab ich Schrott gerade Ne leider gerade nicht Eine Laterne wäre echt nice Nein 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 Das kriegst du nicht Hai Uwe Hai Uwes Nachbar Ah Schrott Schau mal Hine guck Einmal Get over here Schrott ist ziemlich Ich sag das Das klingt voll merkwürdig Wenn man das so sagt Schrott ist selten Hier Schrott Hä wo ist denn die jetzt Ach da Mittlere Anbaufläche Das können wir dann auch machen Aus Schrott Achso wir können beides lernen Warum eigentlich nicht Oh yeah Ich sag dir Hai Uwe Sollte ich irgendwann merken Dass du dich an meinen Netzen Fest beißt Ne Ich schwör dir Ich beiß mich an dir fest Das glaubst du gar nicht Hab ich Steine schon erforscht Ich glaube nicht Warte mal Ich glaube ich muss Steine noch erforschen Gib mir mal ne Sekunde Das ist so der erste Fakt Dass man wahnsinnig wird Man erforscht auf einmal Steine Äh Nägeln haben wir grad keine Können wir auch nicht Versuch's Möwe Versuch's Try me Ich sag dir Du willst nicht Richtig Richtig Okay Steine erforschen Achso Alter Das misst mir Man kann ihn Keine zwei Sekunden Aus den Augen lassen Diesen Dreckigen Hai Keine zwei Sekunden Kannst ihn aus den Augen lassen Fuck Aber jetzt verstehe ich Dieses ganze Das System hier vorne auch Tisch Und Steinfeil Bolzen Bolzen hab ich nicht Palmenblatt Ach guck mal Ein Palmenblatt können wir nachher forschen Das kostet dann immer ein Und dann Wissen wir auf einmal mehr Das ist cool Jetzt verstehe ich Ein Scharnier Metallbahn Trockenziegel Das haben wir alles gar nicht Jetzt verstehe ich Glas Kupferbad Finde ich irgendwann Eine Minecraft Insel Oder sowas Okay warte mal Kunststoff kann ich noch erforschen Achso Hab ich schon Sah so aus Okay Das scheint bislang Alles zu sein Was ich Erforschen kann Ohne dass mir High Uwe auf den Sack geht Okay Achja stimmt Uns fehlt Schrott Hätte nie gedacht Dass das mal Der Fall sein wird Dass man sich sagt So boah Ich wünschte ich hätte Jetzt noch ein bisschen Schrott Was war das denn Achso Mein Mein Haken Ist putt Mein Mein Haken Oh Mein Lieblings Haken Brauch ich noch Double Tonne Fuck Dann Single Tonne This is Fucking Na super Na ganz großes Kino Jetzt ist auch noch neblig Das hat mir ja gerade noch gefehlt Wach mal Jetzt muss ich mal ganz kurz Was Jetzt möchte ich mal ganz kurz Was nachgucken Kann ich die hier nochmal Ne Brauche ich die doch Ne Ist das Platzverschwendung Hab ins Wasser damit Platzverschwendung ist das Schusch Den da kriege ich wahrscheinlich nicht Der ist just out of reach Ja Aber Ist sowieso Früher oder später nötig Vielleicht sollten wir mal die hintere Reihe mal etwas ausbauen Wisst ihr was das machen wir jetzt gerade mal Wir haben gerade so Wir sind gerade ganz gut Schaut mal einer guck Ist doch gleich alles viel schöner Ist doch gleich alles Viel gemütlicher Müssen wir doch fast schon rennen Wenn wir hier auf unserem Ding unterwegs sind Ich hoffe ihr werdet nicht seelkrank Höher zielt Das macht einen Unterschied Tatsache Sobald man höher zielt Schmeißt man offenbar weiter Okay Zur Kenntnis genommen So eine hoffnendes Ich glaube Ich lege mich mal in Regen Und schlaf Ist okay Oh warte ich hab noch was zum Essen Nicht viel aber es ist was zum Essen Das muss man ja im Auge behalten Weil wenn du nämlich hier nix isst Ne Also beziehungsweise Wenn du pennen gehst Suddenly Angeln ist ne Sache Ne äh Wenn du pennen gehst Auf einmal gehen deine Dinger Ziemlich schnell runter So Ja Stöhnen hier nicht so rum Wir regeln ja Du fängst nicht automatisch an zu husten Weil du Durst hast Minion Stell dich mal nicht so an Jetzt machen wir hier nicht einen Auf Drama Queen Ja Oh schau mal Dann wird man ja fast seelkrank Boah Alter Jetzt ist der Seegang aber richtig schön hier So So Da hättet man ein bisschen Einmal so Boah Ein kleiner Fisch Und schau Guck mal da ist dieser Arsch Sitzt da unter Wasser Und hält sich für den tollsten Bist du aber nicht Bist ein Arsch Dass bei dem rauen Wellengang Überhaupt irgendwas beißt ne Jackpot Oh yes man So So Haben wir irgendwie Schrott Dass wir nochmal Nägel Steinpfeil Wir können auf jeden Fall Steinpfeile jetzt herstellen Removing Removing ist jetzt grad nicht so meine Höchste Boah 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 Ich hab mich schon gewundert Wann du es mal wieder versuchen würdest Fuck Arsch Vor allem er Er verbeißt sich ja nicht nur drin Er Er fuckt einfach nur das gesamte Boot ab Er denkt sich einfach so Alter Was würdest du tun Wenn ich jetzt einfach dein gesamtes Boot esse Okay wir brauchen einen neuen Speer Mittlere Anbaufläche brauchen wir Schrott für Vogelscheuche brauchen wir Nägeln für Ah wir können auch einfach so daher Oh Oh schau mal Na guck So geht das auch Hey Seenböwen von daher Arbeitsflächen Ich will erstmal eine aufspießen Bevor wir Tatsächlich sowas machen können Von daher Wow Der Seegang ist echt nice hier Muss man ja mal sagen Crunch Crunch So Geht doch Geht doch Geht doch Irgendwann müssen wir mal ein modisches Update hier an unserer Dings machen So dann und wann mal Ach so geht das auch Das ist ja cool Es geht ja um einiges leichter dann Ich kentere heute noch Heute ist der Tag an dem ich sterbe Ja Heute ist der Tag an dem wir sterben Wenn das Wasser uns nicht umbringt Dann Hai Uwe Oder Hai Uwe 2 Ist es dann Hai Uwe 2 Oder ist es dann Hai Uwiger Oder ist es Rüdiger Können wir sagen es wäre Rüdiger Ich glaube wir können sagen es wäre Rüdiger So das habe ich soweit alles schon Okay Aber die Netze machen einem echt hier Die nehmen einem einiges ab hier Das ist schön Ist richtig chillig damit So Hering Backkartoffeln hier Du solltest nicht die rohe Kartoffel fressen Aber das ist auch eine Option Oh alter Es ist nur noch Nebel Nur noch Welle Nur noch Nur noch Barf Es gibt auch Pause Ich wollte nämlich mal ganz kurz was gucken Äh Ähm Oh nein Oh nein Leute Ich habe gerade dasselbe Problem Wie das eine Mal Ich kann meine Taskleiste nicht öffnen Ich habe gerade Angst Ich habe gerade echt Angst Das ist